Wir sind Maripedi, ein pädagogischer Dienstleister aus Kiel. Wir führen Projekte durch, sowohl für den sozialen Bereich als auch im Themengebiet Digitalisierung. Wir führen außerdem Schulungen durch, für beispielsweise Pflege und den sozialen Sektor und auch Digitalisierung. Entwickelt haben wir Maripedis Medienkoffer, eine Zusammenstellung aus Geräten und Software, die speziell für diese Zielgruppe geeignet ist für Senioren. Das Besondere an Maripedis Medienkoffer ist, dass wir einer Zielgruppe, die sonst nicht an der Digitalisierung teilhaben kann, weil sie vielleicht Berührungsängste hat oder weil die Menschen überhaupt keinen Zugang dazu haben, näher bringen können. Wie zum Beispiel auch mit der VR-Brille, indem wir sie an Orte bringen können, die sie sonst nie erreicht hätten. Außerdem ist es so, dass in vielen Einrichtungen Internet Mangelware ist, sprich es gibt keine Anbindung ans Internet. Wir haben einen mobilen Router, der das Ganze löst. Das heißt, auch Einrichtungen ohne Internet sind dann ans Internet angebunden über den Koffer und einen mobilen Router. Wir erhoffen uns für den Medienkoffer, dass viele Einrichtungen genauso begeistert sind wie diese hier, dass die Digitalisierung weiter voranschreitet für eine Zielgruppe, die sonst oft nicht im Fokus steht. Wir erhoffen uns außerdem, dass auch andere Gebiete, in denen Senioren nicht den Zugang haben, wie zum Beispiel in der mobilen Fläche, dass dort so ein Koffer vorhanden ist und auch genutzt wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017